Mein Name ist Dr. Christina Lorenz. Ich bin Oberärztin in der Abteilung für Thoraxchirurgie der Asklepiosklinik Harburg. Ich bin Fachärztin für Gefäßchirurgie und Thoraxchirurgie und meine Abteilung behandelt alle Erkrankungen der Lunge und der inneren Brustkorborgane. Dazu zählen auch Unfälle und Rippenbrüche, Verletzungen des Zwerchfells, Probleme bei Raucherlunge mit Lungenemphysemen oder Lungenkollaps. Bei speziellen Indikationen können wir auch das moderne DaVinci-Roboter-System einsetzen. Das ist mein Spezialgebiet. Hierüber können Operationen minimalinvasiv durchgeführt werden. Die DaVinci-Roboter-Systeme Vielen Dank.